das war knapp ich bin gerade noch rechtzeitig kommen zu unserem heißgemacht auf anachrony wer meinen kanal verfolgt der weiß dass ich ab und zu videos zu englischen spielen mache die dann demnächst auf deutsch erscheinen und auch heute möchte ich euch auf ein spiel aufmerksam machen was es tatsächlich schon sehr lange auf englisch gibt und es gab glaube ich auch deutsche version damals als der kickstarter herausgekommen ist aber jetzt bekommen wir eine neue deutsche auflage nach vielen jahren und ich möchte euch aufmerksam machen auf das spiel anachrony dieses wird bei skelly games im q4 wahrscheinlich q4 mal gucken ob sie es schaffen vielleicht auch q1 erscheinen das base game also die standardversion die die retail edition dann sozusagen inklusive der classic expansions ex exosuit miniatures fractures of time und future imperfect erweiterung und ich möchte euch so ein bisschen berichten ja ob das spiel was für euch sein könnte für wen es was ist und euch ein bisschen erklären worum es in dem spiel geht und warum ich das warum ich denke dass es wirklich sehr gutes spiel ist und ich freue mich dass ja wir endlich eine zweite deutsche auflage bekommen so kann es dann auch endlich mal bei mir einziehen ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht in meiner sammlung und wer das video aufmerksam verfolgt der wird vielleicht den einen oder anderen hinweis auf zeitreisen finden ich bin gespannt schreibt man die comments ob ihr was entdeckt habt und ich würde sagen jetzt kümmern wir uns einfach mal ums spiel anachrony ist ein spiel für zwei bis vier spieler und auf jeden fall im expertenbereich anzusiedeln spielzeit ja würde ich sagen so vielleicht eine dreiviertel stunde pro spieler das kommt ein bisschen darauf an wie schnell ihr spielt und der hauptmechanismus bei dem spiel ist der worker placement mechanismus aber zu den mechanismen würde ich später nochmal kommen thematisch sind wir bei anachrony in einer postapokalyptischen welt unterwegs die menschheit ist hochtechnologisierte technologisierte und es sind sogar zeitreisen erfunden worden aber es gibt ein böses oben denn es wurde ein meteoreinschlag vorhergesehen auf die erde der ja wahrscheinlich alles vernichten würde wir versuchen nun mit unserer fraktion zu versuchen möglichst viele anhänger zu gewinnen für unsere ideologie für ja für unser überleben wir versuchen möglichst viele ressourcen zu generieren und dann am ende diesen meteoriten einschlag oder meteoreinschlag zu überleben und dann am ende die meisten siegpunkte zu haben um das spiel zu gewinnen ja die menschheit ist sogar tatsächlich so hoch technologisiert dass es zeitreisen gibt und diese zeitreisen die spielen in dem spiel auch eine wesentliche rolle bei einem bestimmten mechanismus ich möchte euch aber erst mal ganz kurz was zum worker placement mechanismus erzählen denn der hat es eigentlich auch in sich ich finde tatsächlich wird der immer so ein bisschen vergessen wenn es um anachronen geht dann heißt es immer ja wo ist cool da kann man was mit zeitreisen machen so thematisch und hier und da aber ich finde dieser worker placement mechanismus der hat es auch noch mal verdient extra hervorgehoben zu werden bei dem worker placement mechanismus ja da geht es darum dass wir verschiedene worker haben und diese verschiedenen worker können wir auf entweder dem hauptbord einsetzen oder wir setzen die worker auf unseren eigenen aktionen ein die wir ja uns selber noch bauen können es gibt drei verschiedene arten von workern plus noch ein ja was ist das so ein joker worker und diese worker können wir dann einsetzen aber wir müssen immer aufpassen dass diese worker auch wach sind denn es gibt immer eine wache seite und eine schlafende seite und da muss man dann erstmal schon mal schauen dass man ja möglichst viele worker die man in einer runde benutzen möchte auch auf der wachen seite hat man kann allerdings auch während der runde noch schlafende worker wieder auf die wache seite ziehen so kann man ja muss man so ein bisschen schauen dass das gleichgewicht zwischen wachen und starken wachen und schlafenden workern wie ich sie hier nenne dass man das irgendwie im auge behält und zusätzlich gibt es noch die möglichkeit diese worker zu upgraden beziehungsweise wir müssen diese worker in sogenannte exosuits stecken diese exosuits sind dazu da dass wir aktionen auf dem board ja ausführen können denn wir können die aktion auf dem board nur ausführen ja wenn wir diese exosuits zur verfügung haben auf der erde draußen ist halt eine vergiftete atmosphäre oder ja ich weiß nicht so genau auf jeden fall können diese worker nur in diesen exosuits diese aufgaben dort erfüllen wenn wir aber die worker auf unsere eigenen worker placement felder die wir uns mit gebäuden bauen setzen dann brauchen wir diese exosuits nicht und diese exosuits müssen wir in einer bestimmten phase am anfang des spiels planen wir müssen dann entscheiden wie viele von diesen exosuits wollen wir eigentlich in dieser runde benutzen können und wir müssen die dann auch dementsprechend bezahlen und bekommen aber auch einen bonus je nachdem was für eine fraktion ihr spielt vielleicht auch nicht von wasser je nachdem wie viele exosuits wir nicht geplant haben quasi so und dann kann es auch mal sein dass wir dann vielleicht ja zu viele exosuits geplant haben und diese ganzen aktionen die wir dann irgendwie noch machen wollten gar nicht ausführen können dann haben wir exosuits irgendwie bezahlt obwohl wir sie gar nicht benötigt haben oder es kann natürlich auch mal sein dass wir dann zu wenig exosuits geplant haben und eigentlich irgendwie noch eine aktion auf dem board bräuchten aber nun kein exosuit mit zur verfügung haben das ist auf jeden fall eine strategische und taktische entscheidung die ich sehr interessant finde und bei dem ich dem worker placement mechanismus ja bei der sich der worker placement mechanismus finde ich von vielen anderen worker placement spielen auf jeden fall deutlich abhebt dann haben wir natürlich auch wie bei vielen anderen worker placement spielen die möglichkeit ja verschiedene freie aktionen zu machen und auch da haben wir am anfang verschiedene aktionen zur verfügung die wir machen können zum beispiel diese aktion um ein ein worker von einer von einem schlafenden worker zu einem wachen worker zu machen also zu einem worker den wir dann auch aktiv benutzen können das ist zum beispiel eine freie aktion aber es gibt auch freie aktion die wir uns dazu holen können die wir durch gebäude bekommen können und dieser freien aktion können wir dann auch immer noch vor unseren aktiven aktionen ausführen was definitiv auch hilft dann seine strategie weiter zu verfolgen dann haben wir noch einen weiteren sehr interessanten mechanismus und jetzt kommen wir zu diesem zeitreise mechanismus denn wir können uns ressourcen quasi aus der vergangenheit beziehungsweise aus der zukunft leihen ich weiß gar nicht so genau aus der vergangenheit oder aus der zukunft auf jeden fall wir können uns ressourcen leihen müssen diese dann aber wieder zurückschicken ja die zeitreisen sind zwar erfunden aber wir können nur zeitreisen mit gütern machen also die quasi hin und her schicken und grundlage dieses ganzen mechanismus ist ein zeitstrahl es gibt einen zeitstrahl der auch anzeigt in wie viel ja in der wievielten runde man ist und dann gibt es einen fokus marker den jeder spieler hat und der startet am anfang der runde immer auf dem aktuellen zeitstrahl plättchen und nun ist es so dass wir dann auch in einer bestimmten phase des spiels und entscheiden können verschiedene ressourcen uns zu leihen das heißt ja dass wir haben so kleine aktions plättchen und dann müssen wir alle gleichzeitig irgendwie entscheiden welche wie viele wir davon in die hand nehmen also 0 bis 2 und dann decken alle auf und dann bekommen alle ja diese sachen die auf diesen plättchen draufstehen das können ressourcen sein das können aber auch zum beispiel ein exosuit sein oder ein arbeiter sein den wir uns tatsächlich auch irgendwie leihen und diese ressourcen die wir uns dann geliehen haben die ja müssen wir aber später wieder zurückgeben das heißt diese plättchen legen wir dann auf den aktuellen auf diesen aktuellen zeit auf dieses aktuelle zeitstrahlen plättchen und wenn dann der runden marker beziehungsweise unser fokus marker von runde zu runde immer weiter nach oben wandert also immer weiter zum nächsten zeitstrahl plättchen dann liegen unsere plättchen die wir mit denen wir uns die ressourcen geliehen haben ja auf den vergangenen zeitstrahl plättchen und diese zeitstrahl plättchen müssen wir dann irgendwie besuchen und da hilft uns auch ja der aufbau neuer aktionen also wir können dann ja uns zum beispiel gebäude bauen die uns helfen diese zeitreise durchzuführen die uns helfen dieses fokus plättchen auf ein zeitstrahlen plättchen zu bekommen das in der vergangenheit ist also in einer der vorherigen runden aufgedeckt wurde und dann müssen wir wenn wir das geschafft haben diese ressourcen wieder zurückzahlen so was passiert wenn wir das nicht machen dann erzeugen wir anomalien jeder spieler hat auf seinem tableau ja so eine bestimmte anzahl von anomalie plättchen die er hinlegen kann und wenn er zu viele anomalien gesammelt hat ja dann kommt es in einem bruch zu einem bruch im raum zeit zeitraum kontinuum oder wie man das nennt und dann ja dann kriegt man quasi ein klein ein kleines negatives bauplättchen was man sich dann hinlegen muss dass ja das blockiert im grunde genommen bauplätze bringt ein minus punkte und ja es einfach ist einfach negativ und diese anomalie diese anomalien die dazu führen dass man dieses diesen negativen ja dieses negative plättchen bekommt die bekommt man indem man würfelt beziehungsweise es wird dann in jeder runde wird jedes von diesen zeitstrahl plättchen angeschaut und wer von den spielern dort die meisten plättchen liegen hat mit denen er sich irgendwelche ressourcen geliehen hat die die spieler die würfeln dann oder sie sagen halt irgendwie direkt ich nehme ein anomalie plättchen und dann bekommen sie null bis zwei anomalie plättchen durch den würfel genau und wenn man davon dann zu viel gesammelt hat dann ist das halt schlecht und dann bekommt man ja diese diesen negative dieses negative plättchen dann gibt es bei dem spiel natürlich auch eine menge an asymmetrie denn jede von diesen ideologischen fraktionen die man dort spielen kann ist etwas unterschiedlich also ihr könnt euch natürlich auch aussuchen die symmetrische variante zu spielen aber wenn ihr ein bisschen asymmetrie haben wollt dann empfehle ich euch auf jeden fall ja die b seite quasi zu spielen und da ja da sind die tableaus der einzelnen fraktionen und auch die ziele was man erreichen muss oder was man haben muss wenn dann der meteor eingeschlagen hat um seine leute zu retten etwas unterschiedlich die einen spielen eher darauf eine hohe wasser generation zu haben und dieses wasser dann auch irgendwie auszugeben eine andere fraktion die geht eher darauf dass die ressourcen einspart wenn sie gebäude baut das heißt da möchte man sich möglichst viele und coole gebäude irgendwie bauen neue aktionen erschaffen ja das ist je nach fraktion unterschiedlich und ja da muss man sich ein bisschen darauf einstellen ich habe das gefühl auch dass wenn man nicht unbedingt in die richtung spielt man tatsächlich dann am ende auch keine chance hat also es ist schon wichtig dass wenn man zum beispiel die fraktion hat die ressourcen ja weniger ressourcen braucht um gebäude zu bauen dass man auch wirklich viele gute gebäude baut um diese aktion dann durchzuführen weil bei der fraktion ist es so die hat halt auch gleichzeitig sehr hohe kosten was die exosuits angeht und da möchte man seine work erhalten möglichst wenig in wenig exosuits stecken dafür aber eher in die eigenen aktionen die man selber gebaut hat und das kostet natürlich ja viele ressourcen und da muss man halt ein bisschen taktieren oder es gibt eine andere fraktion die bekommt die kann diese exosuits sogar dann auch mit noch einer weiteren ressource bezahlen die möchte sich dann natürlich irgendwas aufbauen um noch andere ressourcen irgendwo zu generieren damit sie immer möglichst viele exosuits zur verfügung hat ja da gibt es ganz ganz viele unterschiedliche fraktionen die man dann wählen kann ich glaube es sind vier oder fünf ich bin nicht ganz sicher ob es eine mehr gibt als spielerzahl aber ja da müsst ihr mal schauen was wie wie es euch gefällt und in der standard edition reicht es aber auch völlig aus für für eine diverse anzahl von partien bis man da so richtig alles durch durch bis man da durchgestiegen ist bis man da seine strategien und taktiken verfolgt hat dafür ist das spiel dann auch zu komplex als dass man da ja völlig eine überanzahl von verschiedenen fraktionen braucht die dann am ende nicht gebalanced sind so sind die vier fraktionen dann doch relativ gut gebalanced meiner meinung nach ja fazit ich freue mich auf jeden fall auf die deutsche version von anachrony in der vergangenheit konnte ich das spiel öfter mal bei freunden mitspielen wir hatten immer sehr viel spaß und es ist einfach am anfang sehr overwhelming das ding ist im original von mind clash games und da wisst ihr dann wahrscheinlich auch schon bescheid wenn ihr so auch so sachen wie perseverance gespielt habt oder trickerion das sind alles so expertenspiele die auch so in richtung anachrony gehen bei denen man einfach ja doch vielleicht das eine oder andere mal mehr nachdenken muss als bei so einem gewöhnlichen kennerspiel ich freue mich definitiv ich hoffe ich konnte euch einen kleinen eindruck darüber geben ob das spiel was für euch ist ich würde sagen ja für alle expertenspieler die gerne schwierige und komplexe worker placement spiele spielen möchten ist es definitiv ein must have für alle die ja vielleicht mal so rein schnuppern wollen in expertenspiele und das thema vor allen dingen auch interessanten finden für die würde ich auch sagen schaut es euch an und mega cooles game und das ist vielleicht auch das spiel was euch so ein bisschen fesseln könnte wenn ihr ja irgendwie auf der suche seid nach nach ja extravaganten spielen seid also so ein bisschen dieses nicht 0815 und für diejenigen die einfach nur tatsächlich ein locker flockiges ja spiel suchen bei dem sie so ein bisschen nebenher quatschen können und so ein bisschen ja das spiel spiel sein lassen können da würde ich tatsächlich sagen geht lieber irgendwo anders schauen und sucht euch ein bisschen was seichteres aus aber alle die so schon im kennerbereich spielen die sollten sich definitiv necrony auch mal angucken das war's mit meinem heiß gemacht auf necrony ich hoffe ich konnte euch einen kleinen eindruck geben auf das spiel was für euch ist ich freue mich definitiv drauf und ja falls ihr jetzt noch ein bisschen zeit hat ein weiteres video zu gucken würde ich mich natürlich freuen wenn ihr ja eins dieser beiden vorschläge anklickt und auch durchschaut ich habe hier oben ein video was der youtube algorithmus euch vorschlägt ist vielleicht ganz interessant und hier unten habe ich noch ein gespielt video mit fünf spielen die ich vorstelle die ich in den letzten tagen und wochen gespielt habe ein regelmäßiges format bei mir auf dem kanal ja und das war's mit meinem video zu necrony ich würde mich freuen wenn wir zum nächsten video wiedersehen bis dahin sage ich ciao ciao